Okay, weiter. Medusa Heads. Ah, so kann man die leichter machen. Ja. Ich habe einen kleinen Trick rausgefunden. Juhu. Ich drehe mich einfach in die andere Richtung. Dann kommen die auch von einer anderen Richtung. Und dann laufe ich mit. Und das kann nur einer auf dem Bild sein. Und so kann ich Medusa Heads leichter machen. Tada. Oh, geht die Treppe hoch. Oh, guck jetzt in die Richtung. Und jetzt spring einfach mit. Oh. Okay. Bringt nichts. So, und jetzt mitlaufen. Ja, drehe ich trotzdem. Soll ich mir. Oder auch nicht. Ich wollte es gar nicht haben. Doch eigentlich schon. Eigentlich wollte ich dieses Messer haben. Boah, stirb. Verbrenne. Sehe ich jetzt erst, dass die sich in Flammen auflösen. Ah. Okay. Nein. Das ist das zweite Level. Was soll das? Das zweite Level. Und das sind Medusa Heads. Ja, leck mich fett. Ich habe noch nie so ein schweres zweites Level gesehen. Glaube ich. Ah, komm. Okay. Jetzt einfach konzentrieren und da oben mal richtig lang springen. Sonst habe ich gleich wiedergeben, Opa. So, und jetzt springen und den kaputt hauen. Den nächsten habe ich auch kaputt. Und jetzt springen. Oh, wie Glück. Nein. Ah, ja, super. Okay. Ich kriege auch immer Treffer. Okay, jetzt ganz einfach hier durchgehen. Herz entsammeln. So. Weiter. Und diese Peitsche. Wollte ich... Ja, egal. Ich wollte das Herz haben. Aber scheiß auf das Herz. Nein. Game over. Ein kleiner Schnitt, bis ich wieder an der... Stelle bin. So, und da bin ich schon wieder... Ähm... Ich habe schon schlauerweise wieder ein Leben verloren. Wäre ja ganz toll. Jetzt ausnahmsweise mal hier rüberkommen. Und... Was ist hier? Geld. Okay. Dich habe ich vorher tot. Sonst wäre das wieder ein Tod, wenn ich den danach haue. Jetzt treff mal. Äh... Ja... Wie soll ich jetzt... Oh, okay. Ich habe nichts gesagt. Hm, geh hier lang. Okay, so. Ohr. Ja. Jetzt hat meine KP aufgefischt. Das ist schon mal gut. Jetzt habe ich noch volle Energie. Und das ist... Toll. Nein, Simon. Simon in gelb. Acht. Und ihr kommt wieder. Und ich... Nein. Oh Gott. Verdammte. Jetzt. Okay. So. Ich will nach oben hauen können. Aber dann halte ich nur die Zeit an. Was ich später wahrscheinlich noch garantiert brauchen werde. Die Zeit anhalten. Aufpasse. Aufpasse. Und los. Und rüber. Oh Gott. Verdammte. Ja. Hm. Da. Ein paar Herzen einsammeln. Für den Boss. Wird nützlich sein. Egal. So. Na, das will ich haben. Scheiß auf Geld. Herzen, Herzen, Herzen. Ich bin ein liebenswürdiger Mensch. Ich habe ganz viel Herz. Einfach rüber. Ja, das war Glück im Unglück, ey. Rüber. 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 Rüber, rüber, rüber. Rüber. Stirb einfach. Okay. Treff doch mal. Es ist nur eine Kerze. Sie ist nicht gut, um auszuweichen. Bringt nicht viel. Okay. Ich habe Hunger. Und volle KB. Ja, die nehme ich garantiert. Und die werde ich gleich auch benutzen, glaube ich. Und zwar genau jetzt. Ah, sie hätte, da hätte er auch noch einen Medusa genau aus der Tür spawnen können. Das wäre auch toll. Okay, was kommt jetzt? Okay. Oh, was ist das? Oh, nein. Die sehen gefährlich aus. So. Okay. Ach, die Köpfe, die kenne ich aus. 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 Ähm. Und zwar. Ja, stirb. Aus Symphony of the Night. Das habe ich nämlich gespielt. Und noch eine 2. Ah, komm. Ja, das ist eine Kerze. Simon, come on. Oh, das ist ein Stein. Auf einen Stein zu springen, ist schon richtig schwer. Wie soll ich den jetzt machen? Tja. Jetzt. Stirb. Okay. Da bricht doch noch irgendwas weg. Ich spüre es. Mach's aber nicht. Okay. Jetzt nochmal ein Hühnchen, wenn nicht schlecht. Eine 3. Was sie mir auch immer bringt. Medusa-Köpfe. Juhu. Noch mehr Medusa-Köpfe. Ah, okay. Oh Gott. Was kommt hier? Was ist das? Das sieht aus wie ein Kopf. Ist das der Boss? Oh, Medusa. Oh, Medusa. Medusa. Hilfe, Medusa. Stirb. Oh, und sie ist tot. Ich dachte, sie könnte was. Und ein Orb einsammeln. Hier, ich habe ein Orb. Ich habe einen roten Orb. Eine rote Kristallkugel. Einen roten Ball. Oh. 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 Ja, das Geräusch tut in Augen weh. Oh, und in der Nase. Oh. Oh. Yeah. Geile Musik. Düdüdüdü. Düdüdüdüdü. Die kenne ich sogar, obwohl ich das Spiel nicht gespielt habe. So. Das reicht, glaube ich, erstmal für diese Aufnahme. Und ich sage... Was sagen wir? Block.